So, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei Bayonetta und wir machen direkt weiter zurück ins Spiel, die It-Haw-Voll-Gebäude. Achso, ja, ich hätte gar nicht Pause machen müssen. Ich dachte, es startet direkt wieder mit einem Kampf, aber das sind ja nur Statuetten. Oh nein, oh fuck. Ich dachte, es gibt Items raus und nicht, dass das rechte Wäuse nicht war, immer nicht. Fängt ja, fängt ja wieder gut an. Aber. Toll. Dann weich halt nicht aus. Klar, dann friss mich halt. Bam, kaputt. Die Waffe kriege ich von dem nicht. Schade. Das wäre halt sonst zu einfach gewesen. Ich sehe nichts, aber ich okay. Das ist mir egal. Habt ihr verdient. Aber. Nice. Oh. Wo muss ich überhaupt lang? Es gibt noch einen Weg. Okay. Hi. Dann hab ich. Äh. So ging das. Hä? Ja. Das war unbeabsichtigt, hat aber gut geklappt. Wow. 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 Ich werde einfach faulerweise einfach noch mal sämtliche Zwischenbosse reingekletscht hier. Loser. Hö ist ja. Ja, geht. Geht. Hö ist das so? Hö ist das? Hö ist das? Kriege ich von dem wenigstens? Ja, danke. So, zack. Ja, gut, sie meinen. Da habe ich ein bisschen Leben wiederbekommen. Mal schauen, wie lange ich damit jetzt überleben werde, aber... Alter, das wollte ich... Ich mache es halt einfach zu Ende. Es scheint irgendwie vorher aufzuhören. Die mache ich jetzt nicht auf. So, mit den beiden Reden konnte ich noch... ...klar kommen, aber die Clown-Typen, die mir faul auf mir sagen. Ich weiß aber gar nicht, warum ich Probleme bei dem habe. Ich weiß, was ist denn los? Man merkt so ein bisschen, dass das gerade so... ...dem Ende zugeht, weil die einfach... ...einfach... ...wie bescheuert einfach alles mal... Ich hier nochmal auf einen, äh, draufschleudern. Ja, toll. Ich lebe! So, die mal... Na, schade. Gut, gut, gut. Ja, weiter. Hm, okay, dann kann ich auch noch leben. Okay. Was habe ich noch? Hier? Willen wir auch hier. So, also... ...wieso war das jetzt so viel einfacher? Weil dann der Megadicke gefehlt hat, ne? Alles klar. Okay. Wie gesagt, die, äh, mache ich nicht. Da, äh, hä? Bäh, bäh, bäh. Das hätte ich vielleicht, äh... ...bei der anderen machen sollen, aber... ...das ist mir egal. Ja. Bäh, bäh, bäh... Okay. Bäh, bäh. Bäh, bäh! 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 Gold. So, mal schauen, was wir hier noch für Gegnertypen finden werden, die uns hier derbe auf den Sack gehen. Die werfen hier wirklich jeden Gegner noch mal rein, als ob im Prinzip gleich wirklich Ende ist. Es geht schon gegen Ende zu, aber komplett Ende ist glaube ich noch nicht. Aber es fühlt sich halt krass da ran. Alter. Nee, was, was? Das will ich nicht. Ich hätte mich auf den anderen konzentrieren sollen, oder gar nicht. Jetzt ist es auch vorbei. So, die Clown sind geil von denen. Ha! Voll erschrocken, ey. Kannst du mir doch nicht antun, ey. Natürlich. Natürlich. Nein. Oh. Okay. Muss ich ja... Ich muss... Muss ich nicht... Ich habe gerade keine Ahnung, was man von mir erwartet. Oh. Toll. Warm. So. Ich finde das so geil, wie die Waffen von denen einfach so extrem viel Schaden machen. Aber einfach gar nichts aushaltend. Oh, Alter. Ich... Ich... Oh. So. Meine Güte, ey. Einfach so schwer. Der schon wieder. Diesmal... Diesmal muss ich kämpfen. Okay. Ähm. Ja, gut. Äh, so kann man... Zählen abfeuern. Okay. Fick dich. Ich hasse das. Warum macht man so eine Scheiße, ey? Wer... Bei klarem Verstand... Macht umgekehrt. Seid alle blöd. So. Ist hier aber auch voll. Ich kann auch... Okay. Nee, aber das ist was besser. Ich kann hier auch... dann... ...krieg ich kein Schaden. Ja, ich lebe noch. Ja, aber... ... äh, bald nicht mehr. Ja, und tot. So viel, so viel, so viel auf einmal kann ich nicht, ja. Das, äh, dachte ich mir. Hey. Ja, da, 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 da. Ich weiß nicht, ne Katzen. Ja. Ja, komm. Alter, jetzt... ... 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 Ah, das geht so auf die rechte Hand. Trotzdem noch Gold dafür bekommen, das ist, äh, zumindest etwas. Ei, Buch. Nice. Krieg ich? Okay. Aber es ist Mondlicht. No, okay. Ja. Toll. Da bin ich auch, äh, von, von, von alleine drauf gekommen. Da bleib ich halt in der Mitte. Ach, nööö... Ja, ich sterbe hier. Ich lebe noch. Aber ich bin tot. Muss zugeben, ich hatte gerade meine linke Hand am Trinken. So, weiter, natürlich. Oh, geil. Ich muss nicht so mega lang und werde. Oh, geil. Die Sätze vorkommen von dir, Spiel. Das mag ich doch sehr. Kann ich eigentlich auch. Ja, für das. Alter. Fast gar nicht nervig. Jetzt mal den Penis irgendwo anders. Also, sorry, das zu sagen, aber es ist einfach derben nervig, dass ich einfach nochmal alle Bosse einfach mal oder alle Gigatypen oder was auch immer einfach am Ende nochmal hingeklatscht habe. Ende, Ende, Ende ist besser als das. Es nervt schon. Was passt du denn da? Tanzt du da rum? Ja, toll, ey. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Oh, das macht einfach überhaupt keinen Spaß gerade. Ah, ist das gut. Ja, bin erfreut. Sorry, falls ich heute etwas saltiger bin oder so. Aber ich habe heute Sinner zu Ende aufgenommen und das war ebenfalls sehr nervig, anstrengend, um es mal so zu behaupten. So, nochmal. Ja, so ein. In der Hoffnung, dass mir das jetzt hilft. Gegen diesen wunderschönen Gott. Alter, jetzt. Alter, jetzt. Der Rutscher ist schon vorbei, die Wirkung. Das ist ja auch. Toll. Alter, ey. Ja, toll, ey. Fick dich, du. Ich kriege direkt Arschspickel, wenn ich so ein Boss habe. Okay, ich muss zwei. da jetzt gerade nicht so den Turn drauf nochmal zu sterben, deswegen mach ich's mal einfach, genau es ist halt dieser dieser Bosskampf hier gerade vor allem ist irgendwie ist genau gegen alles, was man im Spiel vorher gelernt hat irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll so entweder du wartest im Prinzip bei solchen Bossen, dass du ausweichen kannst, was hier aber irgendwie nicht wirklich funktioniert, weil dir irgendwas keine Ahnung also die Kacke haben sie gerade echt richtig verkackt, weil selbst wenn du ausweichst, bringt dir das nichts, weil du irgendwie doch getroffen wirst oder den Typ nicht richtig tippst oder ist es ja toll ich kann ich kann, ich kann mich mal ja toll halt auf damit, man ja, toll sag mal bitte nicht, dass ich das macht was überhaupt kein Spaß gerade so 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 Ah, tschau. Oh voll, das macht wirklich sehr viel Spaß. Oh voll, das macht wirklich sehr viel Spaß. Ich beende die Folge mal für heute, ich brauche gerade eine kurze Pause, ich, äh, keine Ahnung, ich, äh, vielen Dank für's Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020